Ja, ich würde sagen, zurück zum Raumschiff und das Ding wieder einsetzen. Richtig. Ich finde es ein bisschen doof. Also jetzt rein für ein Rätsel war das ja okay, aber jetzt rein von der Logik her. Du hast Benzin, aber das Benzin wird nicht für den Motor genutzt, sondern irgendwie so ein Gas, wo du aber so ein, ich sag mal so ein Mini-Grün-Gaskanister... Man hat aber gesagt, die Maschine, das Raumschiff fährt nur auf Terranium Gas. Ja, aber dann so eine Menge. Genau, so eine Menge. Aber vielleicht ist das ja so ein Ding wie so ein Atomkern, Dicksbums, was eine geringe Menge braucht und davon sehr viel Energie kriegt. Also die Rätsel, die sind jetzt nur deswegen so schwer. Richtig, weil es einfach auf Pixelhunting aus ist. Wir handen ja die ganze Zeit die Lösung vor Augen. Man findet sie nicht. weil der Cursor einfach das nicht so richtig zeigen will. Genau. So, Yuzaine lassen wir hier, oder? Ich denke mal, die kommt dann auch an Bord. Tschüss. Weil ich denke mal, starten kann das Schiff nur, wenn sie dann den Befehl gibt. Was hat die denn jetzt die ganze Zeit gemacht? Keine Ahnung. Gewartet. Wir sollten ja Gas besorgen und sie hält ein Auge auf uns. Ausgang. Das heißt, wir müssen echt wirklich jedes Mal, sobald man irgendeine Maschine hat, jeden scheiß Pixel absuchen, weil da kann irgendwie eine Klappe sein oder irgendein Loch. Aber man merkt auch, selbst man, ich hab's ja abgefahren wie ein Verrückter, und man kann trotzdem alles übersehen. So. So, da muss ja irgendeine Halterung sein. So. Tuck, tuck, tuck. Wuh, 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 wuh. Kanisterhalter. Da wird jetzt dann direkt... Warum hat der Mann immer ein Mädels Fahrzeug mit Gas gefüllt? Ich hätte besser sagen Andropath, dass ich das Schiff aufgeführt habe. Hast du einen Hinweis auf den ersten Teil vielleicht? Scheiße, wir müssen jetzt... Ich guck mal, äh... Ist sie jetzt wieder hier, oder müssen wir sie jetzt noch einsammeln? Das ist ne gute Frage, ich geh mal über das Cockpit zurück. Vielleicht sitzt ihr da ja schon. Wie zählt das Ding auch? Scrollt, ne? Scrollen war jetzt... Ah, da ist sie. Hat sie uns schon gesucht. Ich habe das Feuer. Du hast jetzt eine volle Tank von Gas. Kann ich das frei gehen? Ah, ja. Wuh, 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 wuh. Nein, du kannst nicht. Während ich auf dem Planeten war, habe ich herausgefunden, was das alles ist. Es gibt eine Alien-Invasion-Force, die durch den Sektor schwebt, die alle in ihrem Weg. Seitdem wir auf der falsche Seite der Frontline, sollten wir versuchen, zu herausfinden, wo sie kamen. Sie müssen mit ihrem Hauswelt kommunikieren. So, if I can find two of their Transmitters and triangulate the Vectors, we can hit them where it hurts. What, just you and me? No, I'll tell our forces where to attack. Mind you, I wouldn't mind having a puppet than myself. They murdered every single one of those miners. So, where to next? To the Frontline! Schön mit den... Wie hat sie es herausgefunden? Jetzt kommt gleich wieder das superflüssige Scrollen. Gar nicht. Ah. Miau. Genau, wir müssen die Raumschiffkreuchen nachmachen. Mää. 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 Das wollen übrigens Yoko sein. Ja. Aber wenigstens haben sie es gemacht, dass da kein Sound ist, weil der ist ja keiner... Mää. 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 Blitter, 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 blitter. Ist die selbe Animation? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube schon fast für das Raumschiff ja. Wie beim Schnee. Nee, ich glaube, die sind im Urzeigersinn am Flug beim Eisplaneten gewesen. Okay. Guck mal, hier ist die Farbpalette so mit diesen Brauntönen so gering gewesen, dass hier alles scheiße aussieht. Dann laber nochmal mit der, was jetzt am Start ist. Hast du meinen Mascott gesehen? Ja, ich habe sie unter den Nase weggeklaut. Ein süßes Mascottchen, du bist so weich. Ich habe es gesehen, es war hässlich. Hä, es war hässlich. Ja, was sagen wir? Das ist mir vollkommen bewusst eigentlich. So ist das ja, ich mache mal das erste. Nein, nein, nicht ich. Ich weiß nicht, was du sprachst. Okay. Okay. Typischer Auswahl-Dialog, der immer zur selben Antwort führt. Ja, wahrscheinlich. Was ich cool finde, hier heißt es ja, untersuchen ist durchgestrichen, ne? Nein, das ist einfach nur ein grüner Strich, der vergrößert wird. Ach so, okay. Ich dachte, vorhin hieß das, hat sich so angehört, als würde das durchgestrichen sein, was man nicht machen kann. Nee, das, was man machen kann, bewegt sich. Ah, okay. Weil es ist dieser grüne Strich, der zoomt halt dran. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man Yisem gespielt hätte, würde man jetzt, dass man Gas holen soll, würde jetzt gar nicht mehr oder weniger sowieso machen. Und Yisem hat das mit den Aliens. Und Yisem wird das mit den Aliens herausfinden. Und natürlich steht hier wieder irgendein Gefährt. Oh, eine Palme. Boah! Wie entspannt die Male hier. Halt es gleich da. Ich habe dieses Schiff in dem Namen der Föderation. Du kannst das nicht tun. Ich bin ein registriertes Föderation-Lawenforcer. Ich habe meine Subscriber. Sorry, Lady Cop, aber meine Orden sind, dieses Schiff hier zu halten. Mein Körpers wird Ihres Schiff navigational-Gyro entfernen, damit du keine lustige Ideen bekommst, über das Ihr Schiff zurückstehlen. Also stehendes ursprünglich auch. Hey, Do I look like a thief? I'm here to sunbathe. My skin needs the sun's rays. Shut up about your appearance for once, lad. Listen, Army man, you'll be sorry about this. I'm sure you'll fill out lots of complaint forms, call my superior officer, and make a thorough nuisance of yourself. But there's a war going on here and the Army's in charge. Thank you for your cooperation. You are free to go where you please. Unless it's a restricted area of cost. Have a nice day. What? danke, tschüss. Küsschen. Hätte er nicht losgehen können, wenn der andere direkt auf seine Höhe war. Vielleicht können wir ein paar Antworten hier finden. Lass uns die Forces, Commander. Okay, ich würde vorschlagen, speichern. La la la. Planeten 2. Ja, wir haben immer noch keine Ahnung, wie die Planeten heißen oder sonst wie, ne? Alles klar. Okay. Ich bringe hier einen Roller. Bip. Sie hat schon wieder ab, ne? Sie hat schon wieder zu tun. It's a combat scooter. Man kann es nur angucken. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, geht es nur nach rechtlich voraus. Ich würde noch einmal mit dir sprechen. What are you doing? I'm going to try to get my ship back. What do you want me to do? Find where they keep the gyro and steal it back. Okay. Das ist also die Mission wieder, dieses Navigationssystem, wie auch immer. Ich glaube, es ist vollkommen egal, wo wir lang gehen. Es ist nur ein Außen. Ne, warte. Hä? Nach oben? Nach oben und nach rechts. Also hier links unten in der Karte. Ja. Da sieht aus wie so eine mechanische Maya-Pyramide, so ein bisschen. Ah, komm mal. Okay, wir können uns nicht auf die roten Markierungen verlassen. Ja. Zumindest in Außengebieten nicht. Jetzt scrollt er wahrscheinlich so doof hoch. Ne, doch nicht. Oh, ist das der Commander-in-Chief? Ah, da sind wir. Alter, der schleicht jetzt gerade, aber. Ja, ne? Ja. Ja, hier ist ein bisschen ruckelig. Guck mal, was zu dem Panther. die Maus sagt, wenn du da über die Wache ruckeligst. Er ist nur ein Guard. Ich werde nicht viel Sinn aus dem herausfinden. Dann wieder rein. Ich werde nie die Tür öffnen. Es ist ein Annihilator-Klasse-Battle-Tank. Und schnell wieder zurück. Also runter, weil die Tür ist nach unten. ich glaube, damit ist die Tür gemacht. Ja, stimmt. Wahrscheinlich. Ich glaube, dass der Guard mich mit diesem Tank verbringt. Ich denke, der Guard würde mich mit diesem Tank messen. I'll never be able to open that door. Kannst du hoch? irgendein Ding? Irgendein Ding? Ich gucke, ob es kreuzt. Ja, ja, genau. Das wäre sogar am wahrscheinlichsten. Alter. Alter Mann. Das ist ein Pappaufsteller, der Panzer. Hast du gesehen, wie nah der daran gegangen ist? Wenn ich jetzt hier oben herklicke, findet er vielleicht den Teleport. Ich würde sagen, wir laden mal kurz. Keine Ahnung, wo es hier lang geht. Panzer versperrt alles. Wo haben wir denn gespeichert? Ah, nachdem unser Ding beschlacken anborden ist, ne? Ja. Okay, dann gehen wir mal oben nach rechts. Erzähl, Map. Nein! Okay, das sieht mehr nach einem Kolonnel da aus, hier neben der Schäfer da. Das sind nur Tables. Das ist der Kommandtent. Das ist die Latrine. Es hält die Latrine ständig, in der Fall der flinkende Wind ist, ich glaube. Ja, mach. Geh raus, Poivoyt! 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 Ah, Latrine, na klar, okay. Kann man reingucken jetzt? Nee. Vielleicht sagt er jetzt was anderes. Hier ist die Latrine. Okay, ja, dann sprechen wir mal mit dem Wüsten-Opper da, Oberst. Sieht der aus wie so ein Safari-Türst. Alles andere als ein Befehlshaber irgendwie. Nice Army you got here. Yes, brave lads, one and all. Especially the squad I've sent off to tackle the invading forces. Facing insurmountable odds. My boys will die with dignity. Ja, total geil. Ja, sie sterben zwar alle, aber hast du auch ab und zu so komische Spitzen zum knistern? Blöderweise, ja. You expect your man to die? Oh, yes. We haven't attained our correct casualty quota for this week yet. My statistics must tally with the projected figures. Let us have our ship back. No, it belongs to the military now. Let us have our ship back. No, it belongs to the military now. Ja, dann... I don't speak to authority. Geht nicht mehr nach unten, also wieder zurück. It's got maps all over it. Kisten, guck ich noch mal an. It's a pile of crates. Okay, zurück. Vielleicht ist noch irgendwas auf der, äh, im Raum jetzt hier, wo wir jetzt hingehen, wo das Raum schon steht. da war ja noch diese blaue Pyramide. Ja, und, warte mal, steht denn hier noch was neben dem Scooter? Hm. 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 Wir kennen ja, irgendwo hängt da bestimmt noch was ab. Irgendwo wieder eine Öffnung. alles mal abfahren. Vielleicht, dass hier so ein Brett lose ist oder sonst wie was. Okay. Aber ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal einen runter. Es ist ein Metal Grill. nichts weiter machen ausgaben hier ist ein ausgang warte stopp speicher bevor du jetzt irgendwie in den raum gehst dem er vielleicht nicht mehr verlassen können ausgang das geht ja wahrscheinlich an die andere richtung um den tempel und das ist ja aber da kommen wir doch bestimmt auch nicht wieder zurück doch jetzt schon ok was kann man hier machen wir haben jetzt ein seil bekommen können wir mit dem scooter noch was machen mit dem schraubendreher wie er wieder den teleport verpasst wenn man superhelden kräfte haben könnte wer meine superhelden kraft verpasst den ausgang vorhanden vorbeigehen ja von den click adventures so einmal seil und einmal schraubenzieher würde ich gerne probieren ich kann nicht alles über dem draht das ist doch so ein kurzschließer draht wo hatten wir den noch mal aufgesammelt ok da geht er hin das draht war der kleiner bügel naja genau hey ah die geräusche müssen wir alle nachpacken so benutzen ach das ist vorne ok tschüss ernsthaft hat das jetzt irgendwas gebracht dass das vielleicht an der stelle vielleicht kann man das aber das seil ok ah ja auf das seil ok jetzt bin ich noch mal hier trotzdem war es hier irgendwie was moment dann da gerade immer nur nur die san ok nicht dass irgendwie der 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 scooter was aufgewirbelt hat auf dem weg oder so das ist das selbe gebäude wo da wieder beim panzer ne das ist jetzt denk ich mal Sie können sich auch nicht mit den Farben entscheiden, ne? Also, so sieht das Seil außen aus. Auch bei der Latrine hat es diese Farbe gehabt. Aber hier im Inventar... Oh, ich muss alles aufhören. Ich kann das nicht machen. Verklickt. Macht er automatisch jetzt fest, ne? Ja, ich muss alles aufhören.